Was verbindet diese fünf Spieler? Kevin Prince-Boateng, Robin Gossens, Nadim Amiri, Vincenzo Grifo und Klaus Kiasula. Alle sind auf dem Bolzplatz groß geworden. Keiner von ihnen war in einem Nachwuchsleistungszentrum. Und trotzdem haben sie es geschafft, Profifußballer zu werden. Warum? Weil sie vor allem eins verbindet. Ein unbändiger Wille. Es gibt jetzt eine komplett neue Doku auf RTL Plus, die den Weg der Jungs ins Profigeschäft zeigt. Bolzplatzkönige heißt das Ding. Ich hab die Premiere gesehen. Wer Bock auf Fußball hat, wird die Doku lieben. Hier der Trailer. Ich wollte ja einfach nur kicken. Wir brauchten nichts anderes als uns Jungs und einen Ball. Bis zum Umkippen haben wir gespielt. Bis die Sonne untergeht, bis es kein Licht mehr gibt. Natürlich haben sie sich gefetzt. Hier gab es einige Boxereien. Aufgeben ist gleich Schwäche. Und ich wollte nie schwach sein. Auf jeden Fall war es das alles wert. Und ich würde es genauso nochmal machen.